Montana Black ist hier mal wieder in Kritik geraten. Wir schauen bei Christian Solmecke vorbei, Medienrechtsanwalt der Kanzlei Wildeberger und Solmecke hier in Köln. Und wir schauen, was bei Montana Black los ist. Muss Montana Black ins Gefängnis oder nicht? Das werden wir heute in diesem Video klären. Viel Spaß dabei. Montana Black hatte angekündigt, sich erstmal aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen und die Medien flippen geradezu aus. Wenn man sich einfach mal bei Google News das anschaut. Hamburger Internetstar schmeißt hier 70.000 Ergebnisse zu. Montana Black körperlich und Montana Black und so ziemlich jedes... Wie sieht dieses Bild von ihm in diesem Sessel, als wäre er so komplett gebeutelt. Medium berichtet darüber, dass Monte angekündigt hat, sich zurückzuziehen. Und man sieht jetzt hier Monte am Ende. Das ist sozusagen das, wie die Titel der unterschiedlichen... Oha, Bruder, wie böse. Guck mal, hier oben stand. Montana Black kündigt zurückzuziehen, warum das die beste Entscheidung ist. Junge, wie asozial, wie gemein. Das ist sozusagen das, wie die Titel der unterschiedlichen Zeitschriften und Zeitungen aussehen. Hä, ist Monte nicht gerade sogar live? Teilweise wird ihm vorgeworfen... Ja, wollte gerade sagen, hä? ...dass er illegale NFTs empfohlen habe, deswegen das wohl zu einer mentalen Schwäche geführt habe. Teilweise wird gesagt, die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzen, ermittelt gegen Monte. Und da sind also so viele Spekulationen im Raum. Ich habe tatsächlich gehört, er hat einen Geldtransporter mit 40 Maschinengewehren überfallen. Dass wir das alles mal Stück für Stück durchgehen wollen. Ein Stück weit ist Monte auch schuld dran, weil er letztlich nur nebulös gesagt hat, dass er aufhört, aber die Gründe nicht genannt hat. Heute hat er dann nochmal nachgeschossen und gibt so ein bisschen Entwarnung, was seine unmittelbare Familie betrifft. Gehen wir natürlich auch gleich drauf ein. Denn schauen wir uns mal an, was hier alles so berichtet wird, was dran ist und ob Monte wirklich Straftaten begangen hat oder ob er sich einfach nur vertan hat bei einigen Entscheidungen, die er in der Vergangenheit getroffen hat. Also, bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst ein Abo da, wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt. Ich gebe es zu, als ich das Monte vor vielen Jahren das erste Mal gesehen habe, war ich extrem skeptisch ihm gegenüber. Dachte so, was ist das denn für einer? Ich meine, optisch ist er jetzt ja nicht unbedingt Mainstream. Das wird er wahrscheinlich selber auch so sagen, aber... Ich würde sagen, er ist ein absoluter Traummann. Ich habe dann ab und an mal Streams von ihm mitbekommen und auch so gesehen, wie er sich so geäußert hat. Er hat schon einen Witz, der mir persönlich gefällt. Aber er hat ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben. Das letzte Mal, wenn ich mich erinnere, waren diese Casino-Streams. Da gab es auch Ermittlungen. Er hat manchmal so ein paar rechte Äußerungen, Äußerungen gegenüber Frauen, wo ich sage, da kann man seine Linie wirklich nicht teilen. Und jetzt hat er, naja, für NFTs Werbung gemacht, was er wahrscheinlich hätte besser sein lassen, wird er auch so einsehen. Ob das alles dazu geführt hat, dass er jetzt, wie er selber sagt, mental am Ende ist, sei mal dahingestellt. Das jedenfalls war der Tweet, den er abgelassen hat am 19. Februar. Ich muss ganz ehrlich sagen, also er war jetzt halt vier Tage lang nicht live. Also, ja, war jetzt keine große Pause, ne? Da sagt er, melde mich auch mal. Aktuell bin ich wohl am tiefsten... Oder wie lange war er nicht live? Vielleicht eine Woche? Punkt. Ja, das ist für ihn halt schon ziemlich selten, wa? Das ist schon ziemlich krass. Denn wer das Buch gelesen hat, was Montana Black veröffentlicht hat, der weiß, dass der Mann eine ganze Menge schon durchgemacht hat. Er war mal obdachlos, ist jetzt sozusagen durch YouTube zu Millionär geworden, fährt dicke Autos, hat also wirklich Höhen, Tiefen, hat immer wieder Ermittlungen gegen sich, hat mit der Justiz zu tun gehabt. Aber wenn er jetzt sagt, ich bin jetzt am tiefsten Punkt meines Lebens, dann ist das schon sehr erstaunlich. Und eigentlich hätte ich jetzt getippt, er ist am höchsten Punkt seines Lebens angekommen, denn er hat ja wirklich... Ja, ja, aber Geld ist halt nicht alles, ne? Ja, reicht als alles. Ist halt Standard für dich, nicht so auf leicht zu sein. Ja, klar, nee, das stimmt auch wieder. Von uns oder viele von uns hier erreichen können, sowohl was finanziell als auch was Anerkennung und Followerschaft betrifft, auch wenn er natürlich eine umstrittene Person ist und bleibt. Also der wird die Gesellschaft spalten, das will er auch, hat er, glaube ich, gar nichts gegen, er muss nicht Everybody Starling werden. Ich glaube, Monte hat sich damals schon als Ziel gesetzt, die Gesellschaft zu spalten, ja. Jetzt jedenfalls... Er hatte eine Zahn-OP und deshalb war er am tiefsten Punkt seines Lebens. Auf jeden Fall sind die Diskussionen natürlich im Raum, woran kann das liegen, was hat er gemacht. Jetzt ist es so, dass sogar Simon Unge gesagt hat, der Talk-Chat-Geflüster, den er zusammen mit Monte macht, ist erstmal bis auf unbestimmte Zeit eingestellt worden. Monte selbst sagt, hier sind private Dinge passiert, außerhalb des Internets. Also da können wir gar nicht sagen, was das sein soll. Die Zeitungen wiederum spekulieren, sagen, das sind nicht die privaten Dinge, das sind dubiose NFT-Gewinnspiele, seit denen Monte seit Wochen in der Kritik steht. Vielleicht kommt alles ein bisschen zusammen. Natürlich, wenn man so massiv in der Kritik steht wie Monte in den letzten Wochen... Ja, aber das juckt ja nicht. ...macht das mental natürlich auch was mit einem Plan. Also ich glaube nicht, dass ein Monte sowas wirklich juckt. Plötzlich wenden sich vielleicht auch Fans ab. Keine Ahnung, ob ihm das kickst, ja. Da kann auch sein, Monte wirkt ja wie ein Bär, den eigentlich nichts erschüttern kann, wenn man aber sowas liest. Ich glaube, Monte ist halt wirklich jemand, ja, das kann halt schon sein, weil das das erste Mal gewesen ist, dass seine Community sich halt öffentlich so gegen ihn ausgesprochen hat. Beziehungsweise das erste Mal so öffentlich gegen ihn halt gesagt hat, ey, das nervt hier gerade Last aus. Und er hat einfach sturer Weise gesagt, nö, ich mach weiter. Ich glaube, das ist halt das Einzige, glaube ich, was ihm eventuell, sag ich mal, zum Nachdenken anregt. Ist halt wirklich, wenn er merkt, oh, hier passiert alles mit meinen Zahlen und Leute, die mich supporten, wenden sich ab. Ich glaube, das ist so das Einzige, wo dann vielleicht mal ein bisschen Umdenken passieren kann. Bei ihm, so schätze ich ihn jetzt persönlich ein und wir kennen uns ja auch. Das ist schon ein Gedanke und ich wünsche ihm ernsthaft alles Gute. Ich weiß es natürlich auch von Influencern, wir betreuen rechtlich sehr viele Influencer. Was passiert, wenn die jeden Tag auf Sendung sind, was sie für ein Burnout bekommen, was das mit einem macht, wenn man immer so senden muss. Und ich sage mal so, ich habe mit Livestreams nicht viel zu tun. Ich mache mal alle zwei Monate einen Livestream und danach bin ich auch fix und fertig. Was die Jungs hinlegen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Und dann diese Sache, dass man sich manchmal vertut mit den Werbepartnern. Insbesondere, wenn man für NFTs aktuell Werbung macht, das sind Non-Fungible Tokens. Das könnt ihr euch so vorstellen, das sind sowas wie Echtheitsbeweise, die in der Blockchain gespeichert werden. Ganz vereinfacht gesagt. Da gibt es also Bilder. Diese Bilder könnte man eigentlich millionenfach kopieren. Aber nur einer, dem gehört es. Und das steht in der Blockchain. Ja, dem gehört der Link zu dem Bild. Das sind NFTs wirklich in ein paar Sekunden entsprechend erklärt. Und Monte, naja, der hat vor einigen Wochen angefangen, für NFT-Projekte Werbung zu machen. Und wenn man früh in so ein NFT-Projekt einsteigt, dann kriegt man die günstig. Und er hat Gewinnspiele veranstaltet, sodass man relativ günstig einsteigen kann. Und in der Hoffnung, dass so ein Projekt nachher abgeht. Das ist wie, wenn man Bitcoins kauft. Die können auch nach oben gehen, können aber auch nach unten gehen. Und ein User hat Monte jetzt bei der BaFin angezeigt, bei der Bundesanstalt für Finanzaufsicht. Es geht hier um Gelder. Angeblich ermittelt die BaFin gegen den Streaming-König Monte wegen Steuerbetruges. Er hat es schon immer mal wieder wegen der Casino-Sachen, Ermittlungen jetzt wegen der NFT-Sachen. Der Twitch-Streamer-Tanzverbot hat Monte kritisiert. Mit der BaFin will man halt nicht ficken. Das ist eigentlich ganz ehrlich. Jetzt sagt er, ich habe es die ganze Zeit gewusst. Und der Veranstalter dieser Gewinnspiele, Squiggles, da hat Monte wohl selber mal gesagt, das ist ein betrügerisches Netzwerk. Dieses Posting ist von seinem Twitch-Kanal verschwunden. Und das wird ihm jetzt alles vorgeworfen. Aber ist das eine Sache, wo er auch berechtlich für belangt werden kann? Dass er seinerseits gespielt worden ist, obwohl er ansonsten ja immer sagt, ganz offen zu sein. Seine Gelder legt er offen. Aber hier werden Tweets wieder gelöscht und irgendwas wird wieder rückgängig gemacht. Das interessiert mich. Bevor ich darauf das aktuellste Statement von Monte eingehe, will ich mal schauen, was sind die Konsequenzen, die ihm drohen könnten, wenn das alles wahr wäre, was da gerade vorgeworfen wird, auch von den Medien. Insbesondere geht es hier um einen NFT, der einen Affen mit Hakenkreuz dran bewirbt. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, checkt mal unten in der Caption, falls ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid, versuchen wir 500 Euro für euch rauszuschlagen. Unten in der Caption dadurch mehr. Also, was sind die möglichen Konsequenzen, die auf Monte jetzt zukommen könnten, die eventuell Druck auslösen? Also, erst mal dieser Hakenkreuz-Affe, den Hakenkreuz-Affen, den er beworben hat. Das ist ein NFT. Verboten. Und hier sieht man sozusagen die Werbung, also verschiedene Affen. Und hier sieht man, ja, es ist ja gespiegelt. Es ist ja dann nicht die Verbreitung eines indizierten Symbols, oder? So, wenn wir hier, da so, ja, seht ihr, in der Vergrößerung dieses blauen Affens, was der am Arm hat, das ist ein umgedrehtes Hakenkreuz. Jetzt, ja, umgedrehtes Hakenkreuz, mal gucken, kann ich das größer machen? Ja, kann man den auch größer machen. Umgedrehtes Hakenkreuz, könnte man natürlich jetzt sagen, ja, was soll das? Wo ist überhaupt das Problem bei Hakenkreuzen? Also, hier seht ihr das. Das sind verfassungsfeindliche Symbole, ne? Hakenkreuze sind in Deutschland nach 86a Strafgesetzbuch verboten, verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger terroristischer Organisationen mit Freistrat bis zu drei Jahren, wer solche Kennzeichen verwendet. Und dazu zählen auch Kennzeichen, die denen ähneln. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, nur weil es jetzt gespiegelt ist, ist es dann nicht mehr nicht verfassungsfeindlich? Jetzt kann man also den Nazi-Kennzeichen vor allen Dingen ähneln. Und da muss man sagen, umgedrehtes Hakenkreuz, muss man schon zweimal hingucken. Als erstes habe ich das natürlich auch nur als Hakenkreuz entsprechend erkannt. Ja, und da ist natürlich jetzt die Frage, hat Monte sich deswegen strafbar gemacht, weil hier dieser Affe so ein Hakenkreuz hat? Also, strafrechtlich will ich das gar nicht zu tief beurteilen. Meines Erachtens kann man das auch unter die Kunstfreiheit packen. Ihr wisst vielleicht, dass auch teilweise bei Warzone sind ja irgendwelche Bunker mit so einem Hakenkreuz. Gekennzeichnet, dass man in Spielen und wenn es um Kunst geht, sehr wohl Hakenkreuze einsetzen kann. Jetzt müsste man gucken, was hat sich der Künstler hierbei gedacht? Ja, beim, was, was, ich muss ja nicht tiefer recherchieren, was genau ist der Kongo-Club. Kann man schauen, wenn der, wenn der nichts mit irgendwie rechtsgerichtet ist. Und man kann sagen, das ist ein künstlerisches Projekt und das umgekehrte Hakenkreuz sagt, irgendwie soll irgendwie aussagen, alle Nazis sind wie Affen oder so. Dann ist sowas natürlich überhaupt nicht strafbar. Und dann ist es maximal moralisch bedenklich, was Monte da eventuell gemacht hat. Okay, also nicht straflich. Dann hat man auch NFTs, die am Ende in den Bach runtergegangen sind. Da kann man sich dann wieder die Frage stellen, was ist, wenn man jetzt hier durch Gewinnspiele Reichweite geschaffen hat für NFTs, die fake waren. Und jede Menge Leute haben da Geld mit verloren. Ach ja, zum Posting selbst, sagt Monte, das hätte sein Management abgegeben. Sorry, dieses Posting auf Twitter. Und er hätte das gar nicht abgegeben, dann wäre er natürlich sowieso raus. Also egal, ob Kunst oder nicht, dann wäre er raus, wenn man das so bestätigen könnte. Und die illegalen NFTs, für die er Werbung gemacht hat, ja, wie ist das, wenn die Werbung für illegale Produkte machen? Kann das ein strafbarer Betrug sein? Den habe ich euch mal hier rausgepackt. Wenn er absichtlich, sich oder einem dritten rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen beschädigt, dass er Vorsprung falscher Tatsachen, Irrtum erregt, wird Freistraft bestraft. Hat er irgendjemanden betrogen? Naja, das wäre der Fall gewesen, wenn Monte gewusst hätte, dass diese NFTs für die Erwerbung gemacht hat, fake waren. Er selbst sagt, ich wusste von der ganzen Geschichte nichts. Und deswegen muss ich auch sagen, tja, Betrug kommt hier nicht in Betracht. Denn er sagt ganz klar, ich hatte gar keine Ahnung. Er selbst ist selber reingelegt worden. Keine Ahnung, ob er Geld bekommen hat von den Anbietern der NFTs. Vielleicht haben die ihn dann auch noch betrogen. Also ist er an sich ja doch relativ safe. Klar, es gab halt eine Menge Shit so für ihn, aber rein rechtlich kann ihm ja dann nichts drohen erstmal, oder? Wenn er die NFTs vielleicht auch selbst gekauft hat, dass er selbst der Betrogene wäre und auch für eine Beihilfe am Betrug durch den NFT-Herausgeber hätte er Vorsatz haben müssen. Das finde ich also auch eher fernliegend. Und durch die Empfehlung haftet er vielleicht den Fans gegenüber. Auch das wird wieder schwierig. Er hat keinen Vertrag mit den Fans. Er hat NFTs empfohlen. Ihr wart frei, ihm zu folgen, nicht zu folgen. Ja, aber sagen kann man doch vieles. Aber ich glaube halt nicht legit, also dass Monte halt, ich glaube wirklich nicht, dass Monte halt also wissentlich hingegangen ist. Und da seine Community auflaufen lässt und abzieht, also das ist Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht tatsächlich. Also auch da ganz, ganz schwierig, denn die deliktische Haftung, im Zivilrecht gibt es so eine Haftung aus Vertrag und aus Delikt, wenn man was kaputt gemacht hat, dann muss man keinen Vertrag haben. Aber die deliktische Haftung, die schützt das Eigentum, den Körper und das Persönlichkeitsrecht, aber nicht reine Geldverluste. Und das war ja ein reiner Geldverlust. Ansonsten gibt es noch die sogenannte vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung. Könnte auch in Betracht kommen, wenn Monte Vorsatz gehabt hat. Ja, aber auch da, er wusste es ja nicht. Bleibt noch übrig, der Medienstaatsvertrag. Und naja, da geht es um journalistische Grundsätze. Man muss erstmal den Wahrheitsgehalt prüfen. Auch bei Werbung muss man genau gucken. Da könnten die Landesmedienanstalten Monte sagen, ja, du hättest genau hingucken müssen. Haben die bei den Casino-Sachen auch. Weiß ich nicht, ob es da was gibt. Eher nicht. Und Wettbewerber könnten ihn abmahnen. Andere Influencer, weil er Fake-NFT bewirkt. Ja, ist aber auch, ehrlicherweise, auch nichts dran. Das heißt, wenn jetzt die Medien sagen, der Druck auf Monte sei deswegen gekommen, weil er irgendwie strafrechtlich was zu befürchten hätte. Aufgrund seiner NFT-Werbung, dann kann man natürlich sagen, die NFT-Werbung war scheiße. Das hat er offenbar auch eingesehen und moralisch verwerflich. Aber letztlich wahrscheinlich nicht strafbar. Was ich hier jetzt von außen sehen konnte, war es keine Straftat, die er da gemacht hat. All right. Das vielleicht auch zu einer Belastung führt, who knows. Das können wir natürlich an dieser Stelle nicht sagen. Manche werfen Monte Geldgier vor, manche sagen allerdings auch. Aber dann ist es ja ganz klar. Also dann ist doch hier safe, dann ist Monte doch sicher und dann kann er doch so weitermachen wie bisher. Ob das moralisch cool ist, ist eine Frage. Danke.